Ja Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute für euch im Test die Mini-Raketen von Leslie. Eine weitere Neuheit für Silvester 2015-2016. Das ganze Pack, auch genannt als Easy Pack von Leslie, mit 50 Mini-Raketen enthalten. Da beträgt die NEC ca. 22,5 Gramm. Sehr schöne kleine Mini-Raketen, wie ich finde, sollen einen ganz normalen Aufstieg haben und oben mit ein bisschen Crackling. Und dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß beim Test. Ja wie ich finde, sehr schöne kleine Mini-Raketen. Zwar nicht immer Crackling dabei, aber dennoch finde ich, man kann sich mit denen die Zeit vor Silvester auf jeden Fall verschönern. Für den Silvesterabend wäre das jetzt nichts, weil die ja nicht groß was bewirken. Aber dennoch für 1,50 Euro Stück schöne kleine Mini-Raketen. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Dann bis zum nächsten Video. Explosive Fireworks. , bis zum nächsten게요. Bis zum nächsten Video. T Pa pa jardin. T servicios. T49 хотяанняvideouda. Undappy инструментzúsica. Bis zum nächsten Mal.